Nichts ist gewiss im Leben eines Menschen, außer, dass es einmal enden wird. Wer stirbt, zahlt damit alle Schulden. Und so wird auch Annemarie Freitag sicher Gnade und Milde vor dem Richter finden, der uns alle an der Schwelle erwartet, wie der Tod uns errichtet. Der Herr, erbarme sich ihrer armen Seele. Liebe Trauergemeinde, Annemarie Freitag hat nun ein Kind zurückgelassen. Ein Mädchen, das bei einer braven Frau aufgezogen wird. Die kleine Eva braucht ja nicht zu wissen, was ihre Mutter war. Die Schwester von Willi Nippes, meint er. Ja, er hat geholfen und der Herrgott wird's euch lohnen. Nur keine falsche Scham. Wunderbar hat er das gesagt, der Pastor. Man sollte sich bei ihm revanchieren und direkt mal wieder in die Kirche gehen. Komm, 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 rück mal noch ein Hunderter raus. Ist doch für einen guten Zweck. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Gut.